Hallo, in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euer iPhone mit dem VPN der Uni Marburg verwenden könnt. Dazu benötigen wir eine App, Cisco AnyConnect, das ist die gleiche, die auch für Notebooks verwendet wird. Und die findet ihr im App Store. Auf diesem iPhone ist sie bereits installiert, deswegen brauche ich sie nur noch zu öffnen. Ansonsten installiert ihr sie. Das ist der Stand der App, nachdem ihr sie installiert habt. Und nun richten wir eine neue Verbindung ein. Über keine Verbindung, Verbindung hinzufügen, kommen wir in den Einstellungsbereich. Und meine Verbindung nenne ich mal Uni Marburg. Die Adresse ist vpn.uni-marburg.de Achtet hier vielleicht darauf, dass ihr vpn nun nicht von eingibt, das kann nämlich schnell passieren. Und speichern. Nun fragt das iPhone danach, ob ihr erlauben möchtet, dass eine Konfiguration im Hauptmenü hinzugefügt werden möchte. Das erlaubt ihr. Und bestätigt es mit dem Code oder per Touch. Und schon habt ihr eine Verbindung erfolgreich eingerichtet. Nun ist in euren Einstellungen auch ein Auswahlpunkt hinzugekommen. Nämlich vpn. Und um uns nun mit dem vpn der Uni Marburg zu verbinden, wählen wir die Schaltfläche aus. Und werden informiert, dass die Verbindung über Cisco AnyConnect erfolgen muss. So gehen wir jetzt rüber in die Cisco AnyConnect App und wählen Uni Marburg aus. Stellen die Verbindung hierüber her. Die Gruppe ist vpn Students oder Staff, je nachdem. Wir werden noch nach dem Passwort gefragt. Und schon erhalten wir den Willkommensgruß des Uni Marburg Servers. Und nehmen die Verbindung an. Und dann ist die vpn Verbindung hergestellt. Schade im Blument. Untertitelung. BR 2018